Erleben Sie die faszinierenden Musikstücke im märchenhaften Tassilo-Saal des Diabelli-Sommers in Matzi und lassen Sie sich von der bezaubernden Kulisse und den wunderschönen Klängen der klassischen Musik verzaubern. Dorukhan Doruk und Gülru Emsari begeisterten ihre Besucher mit ihrem Programm, mit dem Cello durch Europa. Sie interpretieren folkloristische Stücke aus der Türkei und kostbare Cello-Stücke von Nadja Bulanga. Der Diabelli-Sommer im Schloss Matzi. Am 8. Juli verzauberten Dorukhan Doruk mit seinem Violoncello und Gülru Emsari am Klavier das Publikum in Matzi. Sie interpretierten ein folkloristisches Stück aus ihrer Heimat Türkei, kostbare Cello-Stücke von Nadja Bulanga und romantische Melodien des Norwegers Edward Grieg. Der Diabelli-Sommers in Matzi 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 Musik 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 Für das leibliche Wohlergehen Wurde gesorgt Und der Blick auf die Matze Bei einem romantischen Sonnenuntergang Schaffte eine magische Atmosphäre Musik Musik Mein Name ist Gottfried Franz Kasparek Ich lebe in Salzburg Und ich bin künstlerischer Leiter des Matzea Diabelli-Sommers Jetzt bis 2026 Ich war schon von 2009 bis 2019 Intendant Und es ist immer wieder eine große Freude Hier mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern Ein Programm zu machen Mit sehr viel Kammermusik Aber auch mit Jazz und mit Holzmusik Musik Der Matzea Diabelli-Sommer Klänge und Momente, die die Seele berühren Musik Musik